Heute um 16.57 Uhr, da startet der kalendarische Sommer 2023. Eigentlich ist er aber schon seit Wochen bei uns angekommen mit hochsommerlichen Temperaturen und mit viel, viel Sonnenschein und auch extremer Trockenheit. Momentan haben wir sehr schwüle Luftmasten, da knallt es teilweise, aber morgen steht eine sehr brisante Unwetterlage bevor. Wir sehen hier die möglichen Blitzaktivitäten morgen Nachmittag, da sind mehrere starke Gewitter, teilweise Superzellen in Deutschland unterwegs, hier vom Südwesten rauf bis nach Berlin und Brandenburg. Da kann es morgen ordentlich knallen und scheppern mit Starkregen, mit Orkanböen, mit Hagel. Zum Teil können sich hier und da auch Tornados bilden, also die Wetterlage ist morgen sehr brisant. Der extreme Donnerstag bringt schwere Unwetter und Temperaturen im Südosten zwischen 35 und 37 Grad. Hallo und herzlich willkommen zum Wetter. Wir schauen erstmal auf die Höchsttemperaturen von gestern Dienstag, da war es auch schon wieder sehr heiß gewesen. In Weingarten Baden-Württemberg 34,3 Grad, in Kitzingen 33,8 Grad, in Rheinfelden 33,3 Grad, in Nürnberg 33,2 Grad, Bad Kreuznach 33,1 Grad. Also weit verbreitet gab es gestern wieder einen heißen Tag. Und heute Morgen zum Teil wieder Temperaturen um oder knapp über 20 Grad, wie hier in Dresden. Und dann sprechen wir Meteorologen von einer tropischen Nacht, wenn die Temperatur nicht unter die 20 Grad Marke sinkt. In der vergangenen Nacht gab es zum Teil auch kräftige Schauer und Gewitter. Da kam einiges an Regen runter, über 40 Liter Regen pro Quadratmeter im Oberharz. Aber auch hier in Bremen hat es ordentlich geregnet, 38 Liter Regen pro Quadratmeter. Dort waren die Feuerwehren in den vergangenen Stunden im Dauereinsatz gewesen. Das kann punktuell vor allen Dingen morgen noch deutlich mehr werden bei Starkregen, zum Teil über 50 bis 80 Liter Regen pro Quadratmeter. Und weiterhin strömen die warmen und feuchten Luftmassen aus dem Mittelmeerraum zu uns nach Deutschland. Aber ab Freitag wird es dann angenehmer. Die Luftmasse wird einmal ausgetauscht werden und dann sind diese schwülen Tage erst einmal vorbei. Heute am Mittwoch immer noch sehr dampfig schwült draußen. Zum Teil kräftige Schauer und Gewitter, vor allen Dingen der Landesmitte und im Süden. Das Ganze hier bei Temperaturen um die 31 bis 34 Grad und eine drückende Schwüle. Nach Norden und Osten etwas angenehmer, hier mehr Sonnenschein und die Temperaturen erreichen 26 bis maximal 31 Grad. In der kommenden Nacht sind im Süden noch einzelne Schauer und Gewitter unterwegs, sonst lockern die Wolken auf. Teilweise bleibt es in den Großstädten ziemlich warm bei 20 bis 21 Grad. In Köln, in Berlin, in Frankfurt, da gibt es tropische Nächte. Ansonsten sinken die Temperaturen auf 19 bis 14 Grad. An der Ostseeküste teilweise auf bis zu 13 Grad. Ja, morgen am Donnerstag gibt es dann eine schwere Gewitterlage, eine Unwetterlage. Einmal quer über Deutschland, sehr wahrscheinlich von Baden-Württemberg rüber bis nach Berlin und Brandenburg. Zum Teil heftige Schauer und Gewitter, zum Teil mit Starkregen, mit Orkanböden, mit großem Hagel und mit der Gefahr der Bildung von Tornados. Die Temperaturen sind sehr hoch, vor allen Dingen im Süden und im Südosten. 34 bis knapp 37 Grad sind hier im Norden von Bayern beispielsweise möglich. Im Norden gerade mal 25 bis 27 Grad, also deutlich kühler als hier im Südosten. Und dann kommt die Kaltfront langsam über Deutschland hinweggezogen, zum Teil eben mit diesen heftigen Unwettern. Da können Keller volllaufen, Straßen überschwemmt werden. Da muss man morgen wirklich sehr vorsichtig sein. Es ist die bisher größte Unwetterlage in diesem Jahr 2023 und das kann hier und da gefährlich werden. Jetzt kann man noch nicht genau sagen, wo es die schwersten Gewitter gibt, wo entstehen die Superzellen, wo kann vielleicht ein Tornado entstehen. Das ist heute noch nicht möglich. Auf jeden Fall sollte man morgen sensibilisiert sein für eine schwere Gewitterlage. Einmal quer von Südwestdeutschland, von Baden-Württemberg wie gesagt bis nach Berlin und Brandenburg. Bitte morgen sehr vorsichtig sein und gut aufpassen und die Wetter- und Unwetterwarnung bestens verfolgen. Wir blicken auf den Freitag. Da sind die schwülwarmen Luftmassen langsam ausgeräumt. Schon deutlich frischer hier im Osten, gerade mal 17 bis 21 Grad. Viele Wolken, anfangs noch Regen, auch im Westen einzelne Regenschauer. Im Südwesten schon wieder sommerlich, 26 bis 27 Grad. Hier erscheint zeitweise die Sonne. Ja und dann zum Wochenende, als wäre nichts gewesen. Der Sommer, der Hochsommer ist wieder voll zurück. Am Samstag 24 bis 29 Grad, 13 bis 16 Sonnenstunden und der Sonntag volle Lotte Sonnenschein, 14 bis 16 Sonnenstunden. Das Ganze bei 25 bis 32 Grad. Wer also am Wochenende etwas im Freien geplant hat, kann das durchführen. Es bleibt meist überall trocken und das Ganze, wir sehen es hier mit recht viel Sonnenschein. Etwas wechselhafter schon wieder zum Montag hier und da, einzelne Schauer und Gewitter. Es bleibt aber sommerlich warm mit Temperaturen um die 23 bis maximal 30 Grad. Ein Blick auf diesen brisanten Donnerstag. Wir blicken auf das deutsche Wettermodell, auf die Temperaturen in 1500 Metern Höhe und zwar morgen Nachmittag. Da haben wir eine richtige Wärmeblase in dieser Höhe bis zu 24 Grad im Südosten von Bayern in 1500 Metern Höhe und deswegen jetzt unten am Erdboden so richtig heiß werden mit 35 bis 37 Grad. Und dann kommen die kälteren Luftmassen und dann knallt es so richtig ordentlich und es bilden sich die schweren Gewitter, die Unwetter, die Superzellen. Und da kann es dann wirklich ordentlich zur Sache gehen. Das europäische Wettermodell sieht das Ganze morgen relativ ähnlich. Hier mal zur Mittagszeit die neuste Prognose der Europäer. Ebenfalls die Luftmassentemperatur in 1500 Metern Höhe und von der kann man schließen auf die bodennahen Temperaturen. Deswegen zeigen wir diese Karte immer wieder hier. Da haben wir 17 bis 22, teilweise 23 Grad in 1500 Metern Höhe und das ist dieser Bereich hier vom Südwesten rauf hier bis nach Brandenburg. Da kann es ordentlich knallen, scheppern mit kräftigen Gewittern und da muss man höllig aufpassen. Ja und wegen dieser hohen Temperaturen eben unten am Erdboden zum Teil mehr als 35 Grad. Ein Blick auf eine Karte vom amerikanischen Wettermodell, ebenfalls für morgen Nachmittag, ganz frisch eingetrudelt. Und das ist die Karte, die zeigt, wo die Wahrscheinlichkeit für Superzellen besonders hoch ist. Und das ist eben dieser Bereich hier vom Südwesten über die Landesmitte bis nach Brandenburg in Berlin. Dort ist es wirklich sehr gefährlich, auch teilweise in Rheinland-Pfalz, in Hessen. Da drohen eben diese schweren Gewitter und Unwetter. Also morgen, wie gesagt, der bisher stärkste, heftigste Unwettertag des Jahres 2023. Da sollte man sehr wachsam sein. Aber wir sehen auch, mit jedem Kilometer weiter Richtung Norden ist die Wetterlage ein bisschen entspannter. Auch da kann es einzelne Schauer und Gewitter geben, aber wahrscheinlich nicht so unwetterträchtig wie hier in diesem Bereich. Baden-Württemberg, teilweise Bayern, Thüringen oder hier Hessen auch zum Teil rüber, bis nach Brandenburg, Sachsen, in Rheinland-Pfalz stellenweise. Dort kann es, wie gesagt, morgen sehr brenzlig werden. Zum Schluss, wie immer, der Blick auf die Ensemble-Prognosen der verschiedenen Regionen. Wir schauen bis zum 6. Juli. Was macht der Sommer? Geht es sommerlich warm weiter? Kommt der große Absturz? Kommt verspätete Schafskälte? Naja, ihr seht es hier, es bleibt alles beim Alten, 25 bis 30 Grad, später Ausreißer Richtung 35 Grad. Die Hitze bleibt uns teilweise erhalten im Norden und dazu ab und zu mal ein paar ganz zaghafte Regensignale, meist einzelne Schauer und Gewitter. Und auch im Westen Deutschlands geht es sehr warm weiter, 25 bis 30 Grad, zeitweise mal knapp 32, 33 Grad. Ein Ausreißer sogar am 1.7. Richtung 40 Grad Marke unterwegs, aber es ist nur ein Ausreißer. Und wir sehen auch hier nach den heftigen Schauern und Gewittern passiert erst mal mehrere Tage überhaupt nichts. Das trockene Hochsommerwetter kommt zurück in den Westen Deutschlands und wir blicken nach Ostdeutschland. Auch hier zunächst kräftige Schauer und Gewitter und dann werden die Nierschlagsignale immer geringer. Es bleibt teilweise komplett trocken. Die Temperaturen anfangs schwülheiß über 30 Grad, danach meist im angenehmen Bereich um 25 bis 30 Grad. Auch hier gilt hinten raus immer mehr Ausreißer Richtung 35 Grad Marke. Da spricht also einiges dafür, dass es Anfang Juli noch mal deutlich wärmer beziehungsweise deutlich heißer werden könnte. Wir schauen in den Süden des Landes, auch hier zunächst nach den Schauern und Gewittern, eine längere trockene Wetterphase. Da passiert relativ wenig ein Temperatursturz nach den heftigen Schauern und Gewittern. Anfangs 30 Grad, dann mal ein, zwei Tage, so 20 bis 24 Grad. Wir können Luft holen, die Fenster aufreißen am Freitag, überall in Deutschland durchlüften, vor allen Dingen auch im Süden. Danach wieder 25 bis 30 Grad, einzelne Ausreißer bei 35 Grad und dann lebt auch die Schauer- und Gewitteraktivität wieder ein klein wenig auf. Und zum Schluss der Blick in die Landesmitte. Auch da knallt es richtig heftig. Morgen am Donnerstag, wir sehen das auch hier an den Regensummen, zum Teil, da sprengen die die Skala. Es geht rauf bis auf, wir müssen uns umdrehen, 65 Liter Regen pro Quadratmeter, einzelne Ausreißer sehen also heftigen Niederschlag, Sturzflutgefahr morgen am Donnerstag in der Landesmitte. Danach wird es kurz kühler, wir können auch hier kräftig durchlüften und dann aber wieder ein Temperaturanstieg auf 25 bis 30 Grad, einzelne Ausreißer Richtung 35 Grad Marke. Wir können also festhalten, da kippt überhaupt nichts. Der Sommer geht warm bis heiß weiter und die Niederschläge verschwinden dann ziemlich rasch wieder. Auch hier in der Mitte kommen mehrere Tage am Stück und die bringen wieder trockenes, sommerliches bis hochsommerliches Wetter. Also der Sommer, er denkt momentan gar nicht daran, nach den Unwettern aufzuhören, er macht einfach weiter. Schon das Wochenende bringt viel Sonnenschein, 14 bis 16 Sonnenstunden, wieder 25 bis 30, teilweise 31 oder 32 Grad im Südwesten des Landes. Kommt guten Tag und vor allem morgen aufpassen vor der schweren Unwetterlage bei uns in Deutschland. Tschüss, bis später.